Hm, jetzt läuft's. Hallo Internet, wir sind die Verbraucherschützer. Auf diesem YouTube-Kanal können Sie miterleben, was wir machen. Wir setzen uns ein. Für bessere Gesetze und mehr Datenschutz. Gegen Abzocke. Gegen schlechte Beratung. Was ist hier los? Das ist ja hervorragend. Vergessen Sie auf keinen Fall auf Abonnieren zu klicken.